herzlich willkommen euren freunde zurück zu star wars jedi fallen order oh ich merke gerade macht das fenster mal ein bisschen weiter runter so perfekt dann sehe ich auch was ja im letzten part sind wir zu diesem turm hier geeilt ist das überhaupt der turm an die der ist da hinten wir sind auf jeden fall jetzt erstmal hier und gucken uns die gegend an ich bin gespannt ich bin gespannt wie es weitergeht oh nein er hat sich da nicht festgehalten oh gott die recken geht mir okay wir haben es überlebt wir haben es überlebt das ding hier das stört mir aber sehr okay da oben ist was du willst wieder scannen dann scannen wir hier wieder schön parafisch okay komme ich denn eigentlich hier wieder hoch oder muss ich jetzt hier auch noch gegen gegen alt werden oh gott ich gebe mal eben noch mal hier zu locken damit ich das auch wieder weiß weil ich nehme die folgen tatsächlich jeden tag jetzt frisch auf also wenn ihr das seht kommt das auch heute kalti 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 nee da hoch komme ich nicht oder war hier was das wird mir auch nicht helfen komme ich denn hier raus habe ich das übersehen hier okay okay so wir wissen dass da vorne was war aber da komme ich doch nicht so hin hast du das ist mit diesen überwand laufen glaube ich oder das habe ich mal gesehen in einem trailer falls jetzt fragt woher ich das weiß kann er sein okay weiter geht's okay da war kurzer blitz hatte ich sehe gar was ihr seht da unten einen schwarzen bildschirm aber wieso dann muss man eben hier gucken so ist denn escape jetzt da ich sehe das nicht wie in der facecam ach man warte ich muss mal eben hier die facecam ja weg machen ja okay jetzt perfekt jetzt ist perfekt glaube ich ja gut die facecam habe ich jetzt hier komplett zerstört so ja so okay 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 sorry leute sorry leute ich habe zu spät gesehen denn ich wollte ich heute nicht im vollbild modus aufnehmen das hat mich letztes mal ein bisschen genervt vor allem auch beim ersten mal da komme ich spiel das jetzt nämlich in einem fenster damit ich auch noch andere sachen sehe zum beispiel discord was kennst du wieder es ist denn da ok von mir aus so wir müssen erstmal hier hoch gucken bisschen siehst du was da drin ich muss auch wieder gutes machen zwischendurch äh laden wir das jetzt ah tatsächlich versuch's erneut es ist schwierig master ja der weg ist sehr schwierig es mag unmöglich scheinen aber mit beharrlichkeit überwürdigst du jedes händnis und mit der macht als verbündeten so meisterst du jeden fahrt Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Wie, was? Soll ich erhängen? Habe ich falsch bestimmt. Habe ich, glaube ich, nicht richtig zugehört. Laufe und springe auf Zerwende, um daran entlang zu... Zack. Perfekt. Mehr Intensität. Wie? Mehr Intensität. Jetzt komm her zu mir. Okay. Boah, das wird lang. Ah. Habe ich nicht. Ah, Wandlaufen habe ich. Fähigkeit und der Macht als Verbündeten. Oh, super. Ich erinnere mich an alte Tricks. Mega gut. Dann. Ach so, nee, warte. Von da sind wir jetzt gekommen. Aber da hinten war ja noch was. Da hinten war noch was. Ich hol mir das. Ich hol mir das. Ach nee. Fail. Ich hol mir das, Leute. Ich hol mir das. War da hinten. Aber da kann ich nicht dran entlang. Weil da hinten komm ich doch nicht mal hoch, oder? Oder komm ich da noch hoch? Nee. Hier komm ich nicht mehr hoch. Okay. Okay, okay. Da müssen wir da hinten doch weiter. Äh. Da hinten. Okay. Okay, okay. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Ich schaff das. Ich bin da schon groß. Und. Okay. Ich hätte es fast geschafft, oder? Also, man muss das echt so angehen. Uh. Schnell. Schneller. Oh Gott. Oh. Oh. Es wird knapp. Ah, Mist. Oh, 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 oh. Ich hab noch. Aber ich will... Ich hatte Seiten. Ich schaff das. Ich schaff das. Leute. Ich schaff das. Oh nein. Es war schon wie... Nee. Kacke, kacke. Kacke. Nein. Ich spiel da nochmal dran. Okay, okay. Ich muss mal eben hier Ruhe bewahren. Also. Ja, okay. Oh Gott. Das ist aber eine große Challenge für mich, Leute. Bin ich jetzt... Okay. Nochmal. Einmal probieren wir es noch. Ist das überhaupt machbar? Ich weiß nicht, wie weit oben ich war. Boah. Wir suchen uns erstmal einen anderen Weg, glaube ich. Okay, okay. Wie kommen wir da? So, hier können wir auf jeden Fall zurücklaufen. Ach, warte. Da hinten die Wand. Da können wir auch zurücklaufen. Habe ich vorher nicht gesehen. Okay. Gut, dann können wir ja doch nochmal zurück. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Äh. Kann ich mir einen Wegpunkt machen? Abkürzung nochmal. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich will da hinten hin. Heißt, ich müsste eigentlich hierher. Also nach rechts. Oder meint er das da mit Abkürzung? Dann müsste ich da oben irgendwo hin. Nee, aber von da bin ich doch gekommen, meine ich. Na, egal. Wir holen uns, glaube ich, erstmal da hinten die Kiste. Huhuhuhu. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Okay. Neuer Versuch, Leute. Wir schaffen das. Doch, 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 doch. Ich bin optimistisch. Nein, da ist nichts. Andere Seite, Caleb. Okay. Okay, auch so. Okay, okay. Dann probiere ich das einmal mit dem Efeu da. Vielleicht klappt es da mit. So, da habe ich mich festgehalten. Okay. Ich würde eigentlich viel, viel lieber da rein, ne? Was ist, wenn wir uns hier so runterfallen lassen? Huhuhu. Boah, perfekt einfach. Guck mal, wie klug ich bin. Wie klug ich bin. In diesem Bereich wurde meditiert. Und jemand, der den Orden der Jedi kannte. Okay. Dann. Gehen wir nochmal zurück. Uh, klappt nicht. So, hier können wir doch bestimmt auch hoch springen, oder? Nein? Doch, als ob. Als ob. Dann lauf bitte nach da hinten. Spring bitte hier hoch. Zack. So, einmal hoch. Wie? Da war doch gerade ein Punkt, oder nicht? Da oben. Wie komme ich da hin? Okay, ich probiere jetzt erstmal hier rüber zu kommen. Boah, das ist... Alter, Schwede, ey. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Aber hier... Hier komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Oder kann ich mich hier festhalten? Ne. Kann ich nicht. Ah. Da habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Das war knapp. Und dann könnten wir da hoch. Aber ich editiere mal eben hier. Oh, klar. Ne? Oh. Fähigkeiten-Ding haben wir nicht. Dann X-Ausruhen einmal. Sind unten zwei wieder die Monster, aber das ist nicht schlimm. Die tun ja quasi... Nichts. Boah. Oh Gott. Ui. Okay, okay, okay. Das haben wir auch. Diese Tasche stammt von Coruscant. Gerade der Jedi hatte ihn frustriert. Okay. Jetzt ist die Frage... Wo ist meine Karte? Wir sind hier oben. Wir müssen... Ich verstehe hier gar nichts mehr. Hä? Ich dachte, wir hatten hier irgendwo eine Verbindung. Für hier hinten. Ne. Das sah nur so aus. Aber das ist das nächste. Das heißt... Aber hier kommen wir ja nicht mal hoch. Heißt, wir müssen eh raus. Hier geht es dann nirgendswo weiter. Oh Gott, ey. Oh Gott. Das ist ja hier... Rätsel. Okay, Leute. 200 Parts. Ich sag's euch. Okay, okay. Wir gehen erstmal wieder hier hinten hin. Jetzt können wir an der Wand schwimmen. Stimmt. Das gibt uns eigentlich... Viele neue Möglichkeiten, ne? Wo wir hin können. Zum Beispiel hier rüber. Zack. Perfekt. Dann machen wir auch hier. Ah. Das ist die Abkürzung. Komm wieder her. Was haben wir gefunden? Ich trau mich nicht. Das geht doch bestimmt nur nach unten, oder? Wir gehen mal hier unten zum Fahrstuhl. Können wir damit was machen? Oh. 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 Es geht. Abkürzung vorgeschaltet. Oh, nice. Das ist echt eine Abkürzung gewesen. Ich will aber da hin. Ich will doch da hin. Okay. Dann springen wir erstmal hier ran. Hui. Ah, hier ist das Speicherding. Okay. Das müssen wir schaffen. Zack, zack. Nice. Ach, ich war hier schon mal. Ah. Guck mal hier. Kann man hochklettern. Okay. Und hier kann man, wenn man gut ist, rüberkommen. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Was müssen wir denn jetzt? Wettrennen? Wettrennen? Nee, ich wollte erstmal rübergehen. Oh, dann los. Ach, Mann. Okay. Dann machen wir ein Wettrennen. Aber du wartest eh immer auf mich. Na gut. Ich kann auch rennen. Oh, ist bestimmt zu matschig, um hier hochzulaufen, oder? Wir sind noch nicht fertig. Nee, doch nicht. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Hier können wir speichern. Oh Gott. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin jetzt gespannt. Wir nochmal ausruhen. Sicher ist sicher, Leute. Ich will hier nicht gleich nochmal herumklettern. Obwohl das lustig war. Das war schon lustig. Oh, hier hinten ist alles kaputt. Scannen wir bitte. Opfergaben. Mhm. Oh, oh, schön hier drin. Schriftzeichen. Inschriften, ja. Okay, dann. Interagiere ich mal hier mit. Und tu meine Hand drauf. Boah, ich spüre richtig eine Vibration in meinem Controller. Boah. Ist aber gruselig da drin. Kann ich mal ein Lichtschwert rausholen? Für Licht? Oh mein Gott. Ist das dunkel und eklig. Oh mein Gott. Wahnsinn. Okay, wir sind hier. Boah. Sieht cool aus. Wow. Bip, bip, bip. Ja, ich möchte erstmal gucken, kleines Ding. Okay, das wird sich wahrscheinlich drehen. Boah, sehr cool. Boah, das sieht echt nice aus. So, und hier muss ich mich wahrscheinlich drauf stellen, oder? Oh. Nee? Willst du scannen? Dann scannen erstmal. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Loks gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Inno Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe, ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Seppo. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht. Eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen. Und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Seppo taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Seppo. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Danke. Und möge die Macht mit dir sein. Ja, danke, danke. Aber schön, dass ich die Aufgabe machen muss. Wieso machst du das nicht? Alter Opa, oder bist du tot? Ich weiß es nicht. Aber er guckt nicht sehr begeistert. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Piep. Piep. Piep, piep. Oh, ich setz mich hin. Süß. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede... Aufgabe, nur... versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi. Oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar... ...Freunden von mir? Piep, piep. Piep, piep. Piep. Hm. Ah, dieses Piep, piep. Okay, cool. Es war einmal von langer Zeit. Oh, Errungenschaften bekommen. Sehr schön. Neue Ziel, Holocron-Karte. Kann ich mich da auch hin teleportieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh Gott, ey. Ist echt gruselig hier durchzuklettern. Hm. Ja, komm. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, was jetzt gleich passiert, ne? Nee. Man weiß es nie. Okay, gut. Können weitergehen. Ich hab gefunden, was ich sehen sollte. Hör die ganze an! Ich wollte gerade eigentlich meinen Paraguay da benutzen. Wegen Zelda. Aber es ist kein Zelda. Ah, das ist echt ein Vieh. Okay. Zack. Hallo? Ich, ich hab, ich hab geblockt. Oh Gott. Oh Gott. Er ist... ...gesprungen. Ah! Oh mein Gott. Was passiert denn jetzt? Achso, ich bin tot. Ja, okay. Aber wieso fliegt er jetzt? Na gut. Cool. Ein Glück hab ich gespeichert, Leute, ne? Ein Glück. Ich war einfach schon zu klug für das Spiel. Hm. Kann ich auch nichts machen, ne? Wenn ich zu klug bin. Ein echter Jedi weiß, wann man meditieren soll und wann nicht. Okay. Den haben wir aber trotzdem kaputt, oder? Auch wenn wir ihn gerade noch nicht sehen. Der spawnt da einfach, ja. Ach nee. Der ist da einfach runter, okay? Was ist denn jetzt los? Quatsch. Debo macht wieder hergestellt. Ja, beißt du. Au, oh Gott. Doppelbeißer. Nice. Oh Gott. Spielt weg. Oha. Okay, okay. Da hilft das nicht. Okay, okay. Ich hab verstanden. Ich hab verstanden, aber ich klatsch dich trotzdem weg. Ich klatsch dich jetzt weg. Auch wenn das das letzte ist, was wir in diesem Part noch machen werden. Aber ich mach dich weg. Spür die Macht eines Jedi's. Okay. Auf ein neues. Auf ein neues. Und möge die Macht mit mir sein. Ich sollte sie vielleicht auch nutzen. Wäre vielleicht ganz klug. Hallo. Hallo, Brombeer. Zack. Nice. Nice. Ha, ha, ha. Oh nein. Äh, B. E, B. Genau. So. Zack. Ach so. Er bekommt ja überhaupt keinen Schaden, wenn ich das dauerhaft mache. Na gut. Dann muss ich das so reinhauen. Okay. Ach so. Leben und Macht wieder. Ergustell. Hallo. Reicht jetzt hier auch mal, ja? Bibi. Ich brauch voll Dings. BD1. Gib mir. Leben. Oh Gott. Au. Hallo. Mit D1 ist noch leben. Danke. Nur noch ein bisschen. Oh mein Gott. Alter, die Zunge, ne? Megacool. Mega cool. Boah. Ah. 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 Das ist aber eklig. Ah. Das ist eklig. Dann sieht es so aus, als ob er noch leben würde. Oh Gott, das ist gruselig. Ich muss hier. Wo ist mein Schiff? Da hinten. Wie komme ich da denn jetzt eigentlich am schnellsten hin? Ich lauf mal. Haben wir noch leben? Ne, ich glaub nicht. Wie, als ob ich da jetzt einfach so hinlaufen kann. Ne, ne? Was hast du, Bibi? Bibi? Willst du wieder scannen? Dann scann mal schön. Mysteriöses Skelett. Ja, das ist echt mysteriös, weil ich, auf den ich hochklettern darf, fehlt jetzt nicht so nett. Oh Gott. Komme ich denn jetzt da hin? Ah, hier vielleicht. Ja. Oh Gott, da ist eine Falle unten. Verlassene Werkstatt. Achso, hier unten. Wahrscheinlich. Ja, komm. Lass mal runtergehen. Ah, hier ist zu. Oder? Ja, hier ist zu. Okay. Zack. Oh Gott. Okay, okay. Die habe ich mir wohl eingebildet. Ah, da hast du noch was gefunden. Das ist er da schon wieder. Moment. Anscheinend waren die Sefo interessiert an Datomir. Seltsam. Dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Ja. Mein Herz ist auch dunkel. Aber danke für die Information hier. Darf ich hier rein? Nein. Ah, oh, oh. Doch. Darf ich? Leg den Zaun zu, BD1. Zurück wird es schneller gehen. Äh. Ja, das stimmt. Zwar. Aber wir, Leute, wir machen jetzt Schluss. Wir machen jetzt einfach Schluss. Weil, ja, ne? Ich denke, 24 Minuten ist gut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao. 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 Vielen Dank.